Willkommen! Wir werden hier eine interessante Gleichung mit zwei Unbekannten lösen. Und das Besondere daran ist, dass diese zwei Unbekannten A und B Primzahlen sein müssen. Also, das hier ist unsere Gleichung und das einzige Hinweis, was gegeben ist in Bezug auf diese Unbekannten A und B, ist die Tatsache, dass sie Primzahlen sind. Zur Erinnerung, Primzahlen sind alle Zahlen, die durch sie selbst und 1 teilbar sind. Und das bedeutet, die 1 ist keine Primzahl. Die kleinste Primzahl, die es gibt, ist die 2 und dann 3, 5, 7, 11, 13, 17 und so weiter. Ich werde euch zu dieser Gleichung zwei verschiedene Lösungswege zeigen und ich fange natürlich mit dem ersten an, das mir eingefallen ist. Normalerweise, wenn man so eine Gleichung hat mit Klammern und so weiter, versucht man erstmal die Klammer aufzulösen und die Terme so zu gruppieren, dass sie irgendwie Sinn ergeben. Und genau das gleiche habe ich auch hier gemacht. Also, auf der linken Seite kann man nicht viel machen. Da hat man nur 5A plus B. Und auf der rechten Seite können wir natürlich diese Klammer auflösen hier. Dann 5 mal 132 sind 660. Minus 5A Quadrat und am Ende noch plus 2. Dann habe ich mir gedacht, die Unbekannten auf eine Seite zu bringen. Das bedeutet, dieser Minus 5A Quadrat bringe ich rüber mit plus 5A Quadrat. Und dann haben wir praktisch auf der linken Seite 5A Quadrat plus 5A und noch plus B. Und auf der rechten Seite 660 plus 2 sind 662. Und dann habe ich gehofft, dass ich auf der linken Seite irgendwas Besonderes erkenne. Binomische Vorwollen oder ähnliches. Irgendwas, womit ich was anfangen kann. Ja, war wohl nichts bei dieser Gleichung. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die ersten zwei Terme was gemeinsam haben. Und zwar dieses 5A. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, man kann ja probieren, noch diesen 5A auszuklammern. Das bedeutet, bei dem linken Term bleibt dann einfach nur A übrig. Und bei dem rechten Term natürlich nur eine 1, wenn wir dieses 5A wegnehmen. Und den Rest müssen wir natürlich abschreiben. Und nachdem ich diese Gleichung ein Weilchen angeschaut habe, ohne etwas Brauchbares zu finden, habe ich gemerkt, dass die Zahl auf der rechten Seite eigentlich eine gerade Zahl ist. Also 662 ist ja klar gerade. Das können wir auch mal hier hinschreiben. Und auf der linken Seite der Gleichung haben wir eine Summe aus zwei Termen. Und dann können wir uns auch Gedanken darüber machen, wie es hier mit dieser zwei Terme aussieht. Na ja, auf der linken Seite haben wir in erster Reihe ein Produkt hier aus einer Zahl A und die darauf folgende Zahl A plus 1. Und wenn A jetzt eine gerade Zahl wäre, dann wäre A plus 1 natürlich eine ungerade Zahl. Und das Produkt von einer geraden und einer ungeraden Zahl ist immer gerade. Genau so würde es auch anders funktionieren. Wenn A ungerade ist, dann ist A plus 1 gerade. Also das Ergebnis ist immer noch gerade. Und das können wir auch hier hinschreiben. Und wenn ich eine gerade Zahl mal 5 nehme, dann bleibt sie gerade natürlich. Und jetzt haben wir eine Summe hier aus zwei Zahlen sozusagen, die eine gerade Zahl ergeben. Es gibt nur eine Schlussfolgerung und zwar, dass B ebenfalls eine gerade Zahl sein muss. So, und diese Idee kann man weiterführen. Weil, wenn man sich ein bisschen die ersten Primzahlen so in Erinnerung ruft, ich habe sie jetzt nochmal eingeblendet auf der rechten Seite, und zwar alle Primzahlen von 2 bis 23, da merkt man ziemlich schnell, dass 2 die einzige gerade Primzahl ist. Ja, die anderen können ja nicht gerade sein, sonst werden sie durch 2 teilbar und keine Primzahl. So, und daraus können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass B eigentlich 2 ist. Und damit hätten wir auch die erste Lösung. Und das hier war jetzt der letzte Stand unseres Terms. Und wenn wir jetzt wissen, dass B gleich 2 ist, können wir natürlich das einsetzen und hier benutzen, um die Gleichung zu lösen. Also, auf der linken Seite haben wir dann 5a mal a plus 1 plus 2 sind gleich 662. Eine Möglichkeit, die Gleichung zu lösen, wäre zuerst zum Beispiel die 2 rüber zu bringen, aber genauso gut könnte man auch die 662 auf der linken Seite bringen, das ist egal. Dann haben wir 5a mal a plus 1 sind gleich 660. Dann könnte man erkennen, dass man auf beide Seiten durch 5 teilen kann. Und wenn wir das machen, dann haben wir a mal a plus 1 sind gleich 132. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, diese Gleichung zu lösen. Einmal die Klammer auf der linken Seite aufzulösen und alles auf der linken Seite zu bringen. Dann würde man diese wunderschöne quadratische Gleichung am Ende haben, die man entweder mit der ABC- oder PQ-Formel lösen kann oder meinetwegen auch Satzform Vieta. Allerdings, die Lösung dafür werde ich gleich direkt einblenden. Ich möchte euch auch noch einen alternativen Lösungsweg an dieser Stelle zeigen. Und zwar, wir greifen einen Zustand der Gleichung auf, was wir hier am Ende hatten. Dieser a mal a plus 1 ist gleich 132. Und betrachten einfach den Aufbau dieser Gleichung, diesen Zustand, ein bisschen näher. Also, wir haben hier ein Produkt aus zwei Zahlen, a und a plus 1. Das bedeutet, es sind zwei aufeinanderfolgende Zahlen. Wobei a eine Primzahl ist. Naja, wenn die Rede von Primzahlen ist, dann empfiehlt sich sowieso eine Primfaktorzerlegung. Das bedeutet, die 132, die hier hinten steht, die können wir an der Seite nehmen und in Primzahlen zerlegen. Also, die erste Primzahl mit dem 132 teilbar ist natürlich die 2. Dann haben wir 66. Die 66 ist ebenfalls durch 2 teilbar. Dann haben wir 33. Die 33 könnten wir durch 3 teilen. Dann haben wir 11. Und die 11 ist nur durch 11 teilbar. Also, von daher sind wir fertig mit der Primfaktorzerlegung. Und, ich meine, damit haben wir eigentlich schon unsere Lösung für a. Guck mal, am Ende haben wir eine Primzahl, die 11, die sich sehr gut hier eignen würde. Also, das bedeutet, a könnte 11 sein. Und wenn ihr die anderen Zahlen miteinander multipliziert, also 2 mal 2 mal 3, dann habt ihr 12. Ja, das ist die davor folgende Zahl. Also, a plus 1. 11 plus 1 ergibt 12. Und ja, man kann auch zur Probe noch hier ausrechnen. 11 mal 12 ergibt tatsächlich 132. Also, damit hätten wir eigentlich schon die Lösung für a, die uns interessiert hat. Und auf der linken Seite werde ich nochmal den Lösungsweg mit der Formel einblenden. Also, ich habe hier die ABC-Formel genommen zum Beispiel und habe dadurch zwei Lösungen für a rausbekommen. Einmal 11, was wir auch auf der linken Seite haben. Einmal minus 12. Minus 12 macht für uns keinen Sinn. Es ist keine Primzahl, außerdem ist es auch noch negativ. Deshalb kommt es nicht in Frage. Wie bereits am Anfang erwähnt, habe ich während der ersten Lösung bei einem kurzen Blick auf die Anfangsgleichung noch einen weiteren Lösungsweg gefunden, der viel, viel kürzer und viel, viel einfacher geht. Aber der ist mir beim ersten Mal nicht eingefallen. Und an dieser Stelle will ich euch verraten, was ich erkannt habe. Wenn man die linke und die rechte Seite dieser Gleichung genauer anschaut, dann merkt man ein Muster. Auf beiden Seiten hat man eine Summe auf zwei Termen. Und diese Terme kann man sehr einfach zuordnen. Das heißt, zum Beispiel dieses 5a passt perfekt mit 5 mal diese Klammer mit 132 minus a Quadrat. Und das hintere Term b passt perfekt zu der 2 hinten. Also aus dieser Tatsache könnte man eigentlich gleich eine Schlussfolgerung ziehen und sagen, okay, b ist 2 und das passt dann, weil 2 eine Primzahl ist. Und die andere Schlussfolgerung ist das, was mit grün angedeutet ist. Die Tatsache, dass 5a das gleiche sein sollte wie 5 mal 132 minus a Quadrat. So, dann können wir bei dieser Gleichung alles durch 5 teilen und dann hätten wir a ist gleich 132 minus a Quadrat. Dann könnten wir alles auf eine Seite bringen. Dann hätten wir a Quadrat plus a minus 132 ist gleich 0. Und wenn ihr euch noch erinnert, das ist die quadratische Gleichung, die wir gerade vor einer Minute gelöst haben, die zwei Lösungen hatte. Und die nützliche Lösung war für uns, für unsere Gleichung a gleich 11. Also ebenfalls eine Primzahl. Ja, wenn man das von vornherein erkannt hätte, dann wäre die Sache 10 mal schneller gewesen. Aber auch so, es gibt verschiedene Lösungswege, deshalb ist es wert, mal alles gesehen zu haben. Nun mal so am Rande dieser Betrachtungsweise, die wir hier angewandt haben mit dem Vergleich der linken und der rechten Seite von Aufbau, sieht man nicht so oft eine Mittel- oder Oberstufe, aber ist gang und gäbe beim Aufgaben im Studium. Und noch ein Hinweis an dieser Stelle, ähnliche Aufgaben findet ihr gleich am Ende dieses Videos im Absparen in einer Playlist. Eine Playlist, die ständig aktualisiert wird. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video. Vielen Dank.